Herzlich Willkommen zurück zu RAS Wieder dabei der Tommy Hi Der Tonic Hallöchen Und der Tim Nice Die drei Tees Wir sind gerade von einem Holz vorbeigelaufen Egal, wir müssen erst mal meine Sachen wiederholen Ja, da ist noch mehr Holz und wir brauchen Holz und Ja, wir brauchen Holz Habe ich euch eigentlich schon erzählt, dass wir Holz brauchen? Ich glaube ja Ah, okay Also wir brauchen Holz, ja? Okay Wir werden lieber jetzt gut finden, ne? Natürlich Versprechst du Ich hoffe, ich bin hier richtig Ich bin, glaube ich, hier nicht richtig Anti-Radio-Ato-Boost Ey Allein dafür kann ich nicht schon wieder schlagen Ich glaube, wir sind ja voll Naja, ich nehme mir trotzdem mal so Hier waren LB an, stimmt Wir müssen weiter runter Ich, äh, blute hier mal ganz kurz Hilfe Wenn wir schon hier sind, weißt du, dann Ja Ihr seid bei dieser kleinen Hütte da hinten, okay? Ne, wir sind gerade, äh, in dieser Place drin Also Frank, ich bin gerade da, wo wir vorhin waren Bei den anderen Säuren Ich hab gerade Clothes gefunden Schau I feel happy, so happy Äh, ich hab jetzt, äh, ich hab jetzt, äh, ich hab jetzt, äh, ich hab jetzt, äh, ich hab jetzt ein Helm, ein T-Shirt und... Wie viel für jemanden, wenn jemand braucht Ich hab Schuhe Ich brauch alles noch Naja, krieg Geld von mir das Aber ich muss erst mal, äh, meine alten Sachen, will ich wiederhaben Da vergehe ich hier nicht weg Ne, trotzdem nicht Da vergehe ich hier nicht weg Da vergehe ich hier nicht weg Ja, dann sterbe wird dann Radioaktivität hier Ne, hier war das auch gar nicht Das war weiter unten Oh Die Radioaktivität geht hier voll amstern runter Erhobt Schon so viel Schokolade jetzt aufgesammelt Das ist unglaublich Äh, ich bin bei Zahlen-Schokoladenpaprik und so Ich versuch's nochmal hinzugehen Kann es eigentlich sein, dass ich diese Stein-Spitzhacke, äh, Quatsch, die Stein-Axt umsonst gemacht hab, wenn ich jetzt eh die Metall-Axt habe? Ja, ja, ja Ja, stimmt Ich hab gedacht, das eine ist fürs Jagen und Damage machen und das andere fürs Abbauen, aber... Puh, weg damit Puh Man, wo war denn das andere Gebäude? Puh, ich hab keine Ahnung, ich geh jetzt mal davor, wir haben uns Holz aufgesucht und irgendwie wieder zurückgekommen Das war auch so eine graue Lagerhalle wieder Das ist jetzt gerade hier, äh, mein, äh, der Way Du 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 du, oah, dreimal Holzblöcke, viermal Holzblöcke und da ist noch ein anderer Spieler Das bin ich Achso Ich hab gerade schon angefangen Holz zu holen und, äh, ein paar Steine und jetzt, äh, will ich auf jeden Fall dieses... ...Mildschwein mit den Hähnchenkoinen töten Ich bin gerade schon wieder weg, wenn ihr vielleicht bei mir hört... Oh nein, und da kommen schon wieder diese berühmten Legs. Hm, also bei mir ist es Legsfrei auf jeden Fall. Ja, wenn diese Legs kommen. Vielleicht mich stehen, aber ich spiele nicht. Halbstehen, Quine. Äh, treffen wir uns dann wieder an der Base, damit ich halt den Blueprint machen kann. Ja, werden wir zurückfinden, bestimmt. Super. Hast du das ganze Holz abgebaut? Bami? Hä? Das ganze Holz hast du was abgebaut schon? Äh, drei, ja. Väter hab ich da nicht mehr gefunden, die blass am Schwein gesehen. Mann, wo war denn die andere Fabrik? Schön, aber immer verfolgt. Sophie haut mal wieder in die Tasten rein. Versehen. Wo war denn die blöde Fabrik? Ah, das seid ihr zwei. Da waren zwei solche Fabriken fallen. Eine hier und da. Da ist ein Wolf. Da hat ein roter Wolf. Da hat ein roter Wolf. Ja, ich weiß schon, da rennt wir die ganze Zeit nachher. Ja, Tobi. Ja, Tobi. Ich kann ja nix machen, ich hab ja nix. Tobi, schießt hier. Alter. Ich hab mich fast erwischt. Ach, ich bin so schlecht. Lass mal lieber erstmal. Das stimmt. Da muss ich dir recht gehen. Warte, was? So schlecht. Oh. Dann bist du auch nacken, ne? Genau. So, einmal mit Profis, ne? Einmal mit Profis, ganz ehrlich. Ich bin gerade ein Bär entgegengelaufen. Oh, nee. Und da haben wir schon wieder. Oh, meine Pfeile neigen sich langsam dem Ende zu. Das ist natürlich super toll. Diese Viecher so wenig joggen, ne? Ich will meine Waffen wiederhauen. Das ist ein Bär, nein. Das ist ein Schwein. Hallöchen, Schwein. Ey, Schwein, bleib stehen. Was war doch hier? 100%ig. Ist schon jemand von euch gegoutet, die ganzen Sachen. Nee. Das kann doch je gewesen sein. Dann hochgegangen, habt ihr die Madkit eingesammelt. Warte, ob wir jetzt immer die Zeit im Blick? Ich brauche Holz. Ich glaube, ich nehme jetzt schon 6 Minuten auf. Oh, Wolf, warte. Bin mir aber nicht sicher. Mag bitte trotzdem mit den Counter machen? Kannst du mal, bitte? Oh, Gartenbär. Schon wieder Sachen. Wie schnell ist wieder Respawn? Fast. Nehme das mal als Nein und werde jetzt jetzt... Ich werde einen Counter starten. Ah. Ich bin dir äußerst dankbar. Ja, zutiefst Dank verpflichtet. Das will ich auch meinen. Ja. Dann unterbrichst du hier meinen Spielfluss. Und... Holoside. Ich habe einen Blueprint gefunden. Holoside. Wooo. Wie kann ich den anderen? Ich bin sicher, Hatschitz. Dankeschön. Kommt mir das von hier aus und wieder zurück? Weißt du das jemand? Ah, hier. Ja. Okay. Also ich laufe jetzt gerade zurück. Oder versuche zurück zu laufen und nehme unterwegs die Rohstoffe mit. Also ich habe gerade einen Holoside Blueprint gefunden. Ich brauche mit einem Hatschitz und den ganzen Schmarrn. Meine Sachen sind irgendwie verschwunden. Weil vor allem brauchst du jetzt, äh, Trotz Holoside, erst einmal eine Wache. Ja, das ist ja egal. Hauptsache ich habe schon mal einen Aufsatz. Du bist ein riesigen Jolo-Menschen, ne? Hauptsache ich habe schon mal einen Aufsatz. Ach, wo bist du? Ne, hinter mir ist ein Bär. Ach, dann weiß ich, wo du bist. Ich muss sagen... Bären hinterher. Irgendein richtiger Pro im Bogen schießen hier. Müssen wir in die Richtung? Ja, folge ich. Ich treffe ein Reh im Laufen. Von einer Entfernung von circa 5 Meter waren das. 5 Meter? Wow. Naja, es ist gelaufen. Es ist gelaufen, äh. Aber ich weiß nicht, wo ich dann vorher gestorben bin. Aber ich glaube, ich habe gerade echt falsch. Weil hier, wo ich gerade bin, ist radioaktiv. Und da soll es eigentlich nicht radioaktiv sein. Oder nee, warte mal. 5 Meter ist glaube ich ein bisschen zu wenig. Boah, da ist immer ein Woltchen. Ich habe gerade den Turm nicht mehr. Oh, scheiße, den Wolt. Ah, das rausgeht nicht damit. Ah, ich weiß nicht. Ah, Tim, kannst du mir ein paar Sachen geben für eine Hatchet und wieder einen Wogen? Ne. Ne, auf keinen Fall. Ja. Wenn du zum Turm kommst, ja. Ja, ich bringe was mit. Ich bringe unser Abendessen mit. Und esse bei euch auch. Ihr seht ihr wie scheiße ich schieße. Bitte was, seit wann kommt ein Bär hier rein? Ah, Alter, der packt. Da kam gerade ein Wolf über den Berg. Ah, ich seh's gerade. Äh, Leute. Helft mir lieber erst mal. Leute, ich kann eine F1 Granate machen. Ich habe einen Blufunk gefunden. Ich habe eine Hose. Helft mir erst mal kurz, schnell, ich will meine Turm. Ich kann die Granaten machen, das wissen wir. Hörst du? Meine Turm. Hör dich nur, ach da. Okay, ich geh zurück. Ach, die Fakke. Komm zum Turm, komm, äh, komm zur Festung, komm zur Festung. Es ist gerade dunkel. Kommen die da nicht rein oder raus? Nein. Wir sind so doof, die schaffen das irgendwie nicht. Alter, wie viele Rohstoffe und ich muss dran vorbeilaufen. Boah, die kommen schon rein, natürlich. Die greifen mich dann aber nicht an, das packt dann gerade. Du kannst angreifen. So. Mach mal Licht, ich sehe nichts. Ich schau. So, hat mir erschossen. Okay. Und der andere, der steht in mir drinnen. Ich reite den Wolf. Ich reite den Wolf. Krass. Der, der mit dem Wolf reitet. Ach, hallo. Hör weiter. Ich bräuchte dann die ganzen Sachen von dir noch. Ich sehe nichts, ey. Ey, das meint es meint. Warte. Steine und Dinge halt. Hey, ihr habt mich geschlagen. Alter. Kann mir jetzt bitte jemand diese Kacke erschlagen? Da kommt ein Wolf. Da, wer, 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 wer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich höre jetzt rein. Ah, ein Sniper getroffen. Im Dunkeln, ich treffe ihn immer noch. Die. Er ist tot. Eins. Wie sich alle im Occupy. Eins. Äh, ich sterbe jetzt. Bitte hier irgendjemanden Licht anlassen. Ich sehe nichts. Ich sterbe jetzt. Wie, warum stirbst du? Essen? Ich habe schon was gesagt. Achso, komm her, komm her, komm her. Ich habe nichts. So, was braucht ihr? Alles Stein, Holz und Essen. Hier, hier, Schokolade, hier. Kanola, war das kennt mehr aus. Tommi, hier, kriegst du erstmal was zum Einziehen. Bitte ekelhaft aus. Ich habe hier noch, ähm, Kevlar-Helmet, BP, eine Blue-Ride. Ach, scheiße, jetzt hast du was Falsches rausgeworfen. Kann ich dir geben, warte mal, hier. Also, dann kann ich ja den, das hier nehmen. Äh. So. Schmeißen jetzt nicht gerade die Säcke an, guck. Und Holz und Stein haltend. Was, was, was ist das hier? Ja. Small Stash. Das ist kleiner Sack, der, wo du was reintrunken kannst. Ja, aber den kannst du verstecken in den Ecken von Häusern. Wenn das noch nicht gepatcht wurde, dann sieht man den in den Ecken nicht. Genau. Weißt du, wenn du weiter weg bist. So, warte, was brauchst du? Du brauchst Stein. Small Stash. Ach, warum bist du gerade hier am Essen rum? Ich glaube, den haben wir erstmal raus. Das ist Kleinerei. Hier noch Holz. Kleinerei. Hat noch jemand eingekloft? Dann kann ich mir einen Schnafsack machen. Wie viel kostet denn das? 15. Einen hab ich. Ja, dann brauch ich einen. Boah, wie blöd kann man das denn splitten? Ich muss das hier ganz aufsplitten. Ich hab dir gerade ein mitten feier Klaus reingeworfen. Achso. Hast schon. Dankeschön. Okay. Okay. Mal hab ich mal was. 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 Ja. Mal hab ich mal was. Drogen brauchen? Was? Drogen? Drogen, ja. Drogen auf jeden Fall. Oh, ich brauch noch ein bisschen Holz. Ich hab grad schon Fundament, also. Ah, da krieg ich kurz ein paar mal einfach Flanks gemacht. Da krieg ich einfach kurz ein paar. Du brauchst noch Holz? Ich habe noch Holz. Ganz schnell, warum? Ich schleife die gerade voran. So, dann brauch ich mir kurz erstmal ein Hatchet. Hat's von euch jemand schon die gute Hatchet, nicht, gell? Äh, doch. Nee, ich habe noch keinen. Ich, ich, ich. Aber die ist schon gelb. Nur 28 von 100. Nee, dann mach ich's doch ein Hatchet. Ah, ich hab Metal Frequence gefunden. Ich mach mal jetzt erstmal grad ganz gemütlich hier was. Also ich hab mich ja sowas von verlaufen, das glaubt ihr ja gar nicht. Hä, du bist mir doch hinterhergerannt, oder nicht? Nein, du warst weg plötzlich. Von der, von der, ähm, Station da einfach nach links. Vor allem sagst du das jetzt, ne? Schon ein bisschen früher, denn wir hätten nicht gefunden können. Jo, das Ding ist ja, wenn du denkst, du lust richtig, fragst du halt nicht nach, ob's richtig ist. Wenn du denkst. Ja, das ist ja schon so eine Sache. Das ist ja so eine ziemlich große, ziemlich große Base, das hier. Aber das ist alles von gut, ich sehe nichts. Aber die ist bestimmt cool. Bisschen Knorke. Aber richtig fettig, was? So, ich hab jetzt hier 400 Holz gesammelt und mach da draus jetzt was Schönes. Mach das mal. Tim ist unser Bauchmeister, wir sind die Jäger. Hooray! Das ist das. Da muss man hin, da muss man hin, da muss man helfer. Ey, warte, was brauch ich für ne Granate? Ich kann jetzt Granaten machen, damit können wir auch Türen aufsprengen, ne? Dauert halt nur ein bisschen länger. Super. Hunting, wo? Oh, ich möchte jetzt meinen Schlafsack umhinsetzen. Äh, wenn jemand... Ach, dann auch. Was? Wir brauchen 80 Gunpowder. Und 40 Metal Fragments für eine Granate. Gunpowder hab ich 44. Ja, aber Metal Fragments 40. Und Gunpowder 80 für eine einzige Granate mehr. Wir brauchen bestimmt 10 Granaten für eine Metalltür. Alter, heck mich am Arsch. Ach, das hatte ich nicht am Arsch. Ich hab ein bisschen übertrieben. Du bist ein bisschen übertrieben. Du bist ein Arsch, du bist ein Arsch, du bist ein Arsch. Hm. Gut, meine Damen und Herren. Möchte jetzt doch bitte... Hat irgendjemand bitte ein Metal Fragment für mich? Ich hab gar nichts. Ich hab auch keine. Nicht ein einziges? Nein. Wenn dann erstmal hier mein ganzes Eisen schmelzen und was auch immer. Ich hab ja 88 Mittelohr und... Wo schmelzt sich das denn? 74 Zu... Oh, äh... In dem... In der Furnenz. Das ist doch gar nicht so einfach, diesen großen Turm zu finden. Aber den Furnenz, den ich habe... Ich hab ja komplett alles in meinem Inventar. Auch Kisten und sowas. Nur die will ich erst hinstellen, wenn wir unser Haus haben. Dann bauen wir bitte schnell ein Haus, weil ich nämlich gerade mal ganz kurz die Furnenz brauche. Ich baue noch kurz die Pfeile. Du kannst ja nicht hinstellen und wieder abreißen, oder? Nein. Ich hab Blute übrigens gerade. Cool, das macht Spaß. Schlafstack hast du keinen gebaut vorher, gell? Ach, das hab ich noch mal hin. Natürlich nicht. Hier hab ich was an. Hier hab ich was an. Und hier nicht. Und hier nicht. Das ist doch nicht häufig. Ja, wenn du die einen Abschneid hat und dann... Ich bin so... Ich brauch noch Holz. Holz hab ich noch. Wir müssen ja eine Vier-Mann-Wohnung machen und deswegen brauche ich neun Fundamente. Wie viel Holz brauchst du denn? Viel. Ich hab jetzt erstmal die Fundamente gemacht und dafür sind das bestimmt schon insgesamt 800 Holz draufgegangen. Okay, so viel hab ich denn. Und... 200, äh, und... Einfach alles geben. 80. Ungefähr. Einfach geben. Ich komm gerade im Dunkeln zu dir, schlussiert hab keine Fackel. Ich werfe es dir jetzt hierhin. Ich bin gerade am Holzfack. Ich hoffe, du siehst es gleich. Wenn du eine Fackel anmust, direkt vor der Tür, wenn es liegt. Ja, warte. Äh, äh, Fackel. Boah, Craften dauert echt noch. Äh? Außerhalb, vor der Tür. Achso. Hier. Wie taugt euch denn das Spiel so, bis jetzt? Hm. Finde ich gut. Könnt ihr? Ja, also auf den Server bin ich noch nicht einmal gestorben, also mir gefällt es. Also, wenn man zusammenbleibt und nicht stirbt, dann ist gut. Bis auf diese kleinen Framer-Rüche geht's eigentlich? Finde ich hier echt ganz geil. Ja, das ist bei mir auch ein bisschen nervös. Ja, zwischendurch ist das ein bisschen störend, aber so schlimm ich... Also auf dem anderen Server vorhin, als wir probiert haben, da war es schon arg. Was sagt da gute Tonic dazu? Der ist gerade hier zugezeiht die ganze Zeit. Ja, jetzt zugezeiht ich mich eine ganze Weile wahrscheinlich. Ich finde euch nicht. Ich finde super. Ich finde das Spiel prinzip gut. Ich finde es gut gemacht, vom Aufbau her, weil alles, dass man... Also zum Beispiel das Traffic-Menü finde ich super. Ja. Ja, und vor allem, es kommt ja immer wieder neue Inhalte raus. Es ist ja noch alles in der Alpha und die machen es genau wie bei DC. Alle ein, zwei Wochen hauen die da was raus. Ist echt geil. Ja, stimmt, dass man das noch so nicht mal reinziehen, das Spiel ist jetzt noch Alpha, ne? Das ist noch nicht mal Beta oder sowas. Ja, ist echt krass. Schon geil, irgendwie. Für das ist es echt nicht schlecht. Oh, ich hab mich jetzt gerade mal... Also ich hab genug Essen für 15 Jahre. Ich hab mich jetzt gerade mal hier auf 2000... 3000, sag ich mal, hochgeheilt vom Essen her. Also ich bin jetzt auf eine Zeit noch nicht mehr hungrig. Also healthy oder was? Sozusagen her, ja. Und energized. Aber ich bin komplett... Warte. 5. Jetzt bin ich auf 299, höher geht's nicht, bei mir ist gut. Und hab noch 22 Chicken dabei und so ein bisschen Chokolade und... Und ich hab gleich unsere Fondamente fertig. So, ich komm jetzt. Ich komme gleich zu euch mit einem Bären im Schleppter. Okay. Sleeping Bag bräuchte ich mal, oder was läuft der? Bin da. Wo bist du? Oder was läuft in der Sleeping Bag? Äh, ganz ganz oben. Und da... Du hast mehr als nur Bär 3. Okay, das war ein bisschen. Und da brauche ich noch ein bisschen Kloff. Da müssen noch ein paar Tiere töten. Der Wolf ist tot. Der Wolf ist tot, der Wolf ist... Wer einmal getroffen? Der Wolf ist tot, der Wolf ist tot. Wer hat zweimal getroffen? Oh mein Gott, ich hab wirklich die Fundamente fertig. Sind das hier die teuersten Sachen? Ja. Fundamente sind die teuersten Sachen. Boah, ich mach mal noch ein Foto. Foto brauche ich auch noch. Darf ich mir die Stiefel nehmen? Ja, doch. Ich mach ein Foto wie der Safi hier gerade. Safi, stell dich mal vor das Haus hier. Was ist er? Vor das große, ja genau. Die Festung. Der Wolf bringt nichts, ne? An irgendwelchen Stuff, wenn man den Hund bringt. Also der bringt zwar nicht viel, aber naja. Kann man nicht hinknien, ja genau. So ist doch geil. Habt ihr euch schon eine schöne Location ausgesucht für unser Haus? Okay. Was ist denn jetzt für mich anzubauen? Äh, nee, eigentlich war das auch nicht. Na dann sucht. Ja. Warum bekomm ich hierbei nichts raus? Könnt ihr mir vielleicht ein bisschen Stuff für Headshots und so geben? Ich hab das alles da liegen lassen. Ich kann ja auch Headshots geben. Ja, geht auch. Ich brauch noch ein bisschen Kloof. Dann hast du hier nur Schokolade, hier hast du was zu trinken. Hier ist doch ein Bär, oder nicht? Hier bleibt nur lieb zu mir. Hier, bei mir. Ich kann jetzt manchmal looten, weil ich voll bin, aber... Egal, ich kürte einfach noch einen. Aber hier in der Nähe haben wir irgendwie noch rausgelöscht. Wo wollen wir jetzt bauen? Äh, im Prinzip, äh, würde ich sagen, wir bauen hier relativ nebendran. Ah, roter Bär, Hilfe! Auf einmal kam der von der Seite reingerannt. Ich glaube, ich hab nur noch drei Pfeile. Wenn jeder noch wüsste, wo du bist, kodde. Nix mehr zum Bauen. Beim Turm. Der Bogus, wir sind mit dem Turm. Der Bogus kommt bei mir, ach, da hinten bist du. Mach mal nochmal ein paar Pfeile und dann bauen wir. Der Pfeil spannen und... Leck und Schuss. Ah, sehr gut. Metal Fragment. Ja, sag ich ja. Wir könnten echt da hingehen, wo wir gerade waren und einfach alle Tiere tilten. Alter, der hat mich wirklich schlau. Ich hab keine Fragment bekommen. Dann könnten wir alle Tiere dort tilten. So, jetzt werde ich nämlich erst mal etwas tun, was mir sehr, äh, was mir sehr liegt. Ich kann das Viech nicht looten. Habt ihr schon gelootet, glaube ich. Nee, ihr musst ja durch hinten gehen. Ja. Ich bin schon voll. Egal, ich hab mal das Nächste. Äh, ähm, Pfeil und Bogen. Also, äh, Tommy, hier, Spawnter, nehmt den Zombiefiecher einen Rucksack. Das kann man looten. Er verschwindet dann, wenn man das gelootet hat. Aber den Bär, den Bär kannst du auch noch so schlagen, dann kriegst du da... Ja, hab ich, aber es geht gerade irgendwie nicht. Nee, außerdem, kommt nichts raus, ne? Naja, also ich kann den hauen, aber... Nee, kommt nichts raus. Nee. Aber hab, bin schon nicht, naja. Hier Zuckerpuppen? Gleich verpackt. Kannst du gleich haben. Äh, wollen wir hier oben bauen? Ich brauche 20 Holz, wer hat 20 Holz? Ich hab gar nichts mehr. So, 20 Holzaktiv. So, wollen wir jetzt hier bauen? Hier, wo ich spring gerade? Mach einfach mal. Ich vertraue auf dich. Kann man die Bäume aufs Ape? Die Bäume kann man, äh, in Prinzip, nicht draufhauen. Aber die gehen halt, die bleiben halt trotzdem da, aber sind da dann leer. Ja, aber, äh, bringen halt eben nur eins in einem Schlag. Dann gehen wir nochmal auf die Jagen. Warte mal. Ja. Aber wenn wir jetzt mal ganz schnell 20 brauchen, dann macht man das schon mal. Ja. So, 20. Jetzt mach ich was, was mir sehr gut tun wird. Was? Ich hör gerade wieder was Böses. Da ist ein Wer. Der, hier. Oh, hier sind ganz schön viele. Vor unserer Haustür. Kommt mal her. Kommt mal vom Turm aus. Einfach geradeaus. Ich weiß, wo ich vorhin gestorben bin. Ich ziehe gerade einen Wolf. Da kann man immer hingehen. Renn weiter, renn weiter, renn weiter. Kommt dann zu mir. Ich hab keine Ahnung, wo es ist, aber egal. Einfach geradeaus. Und tot. Cool. Warte, ich komm zu euch und dann kommen wir da mal hin. Der, der hat, äh. So. Boah, ist ein bisschen gut, dass das Essen hier unten angezeigt wird. Groß, wenn wir mal nach. So, ein bisschen drauf schauen. So, seht ihr mich? So, seht ihr mich? I really know. Äh, nee. Das ist gar nicht, wo ich hingucken soll. Ich meine, abgeschossen. Aha. Ach, hier, oder was? Ich bin auf dem Turm, dritte Schmau. Das ist hier unser Haus. Äh, nee, auf dem Berg, hinter uns. Da, wo die große Kathedrale ist, oder was ist das? Äh, doch, das ist unser Haus. Hier, wo? Ja, das ist das. Nur, ich hab jetzt kein Holz mehr. Ach so. Oben auf dem, also, wie, gegenüber von uns wahrscheinlich, mein Tommi. Ja, genau. Ah, da ist ein Wolf. Fuck. Was glauben sollen wir da denn, Tommi? Das sind ganz viele rote Tiere, da kommt ein Mettentwerk, mein Zoll. Ach so. Also, ich hab... Jetzt helft mir mal. Ja. Ah, der kommt hier nicht hoch. Sehr geil. Zoll ab. Machst du ganz kurz mit mir, komm. Kriegst du ein Bogen? Ja, ich wollte noch ganz kurz das Holz holen, was da liegt. Und dann bin ich so hoch und bei dir. Ich hab dann nur leider nur 14 Pfeile für dich, weil ich mir das geballert hab, aber ich brauch jetzt ein Bogen. Ich mach überhaupt nichts. Ich mach mir gerade ganz viele Pfeile. Muss ich mir auch gerade ein paar machen. Ich kann mir jetzt auch nicht vier machen, aber naja. Da weige ich ja vier. Ich hab' den Arsch. Hey, wer schießt da? Bei euch. Was ist das mit dem Pfeil jetzt, oder was? Wie dumm ist das denn, diese Waffe? Wo hast du die jetzt, ja? Ich kann nur ein einziges Mal schießen, oder was? Weitschoß! Geil, hab' ich Schweinehänden erwischt. Ganz, ganz weit weg. Ja, dann behalt mal deinen Bogen, aber? Wer? Der Wagenkennen kann nur ein einziges Mal schießen. Sehr blöd. Ja, wollen wir jetzt da zu den Bergen hingehen? Und dann ist er kaputt, oder was? Nee, dann ist er mit dem Magazin leer. Ich weiß gar nicht, was hier lädt. Hase. Metal-Fragments. Ich hab da mit meinem Stein drübergekrascht und auf einmal Spoof gemacht. Hä? Was sagt irgendwas, die Zeit? Ja, wir sind bei 17.42. Da geht's schon noch ein bisschen. Dann haben wir über Shotgun... Hier ist es Homemade Shells. Was heißt, ich brauch Shells dafür? Hat sich denn überhaupt schon jemand hier den Server als Favoriten markiert? Oder einen Namen gemerkt? Ja. Ja, aber ich glaube, der hat das Resend oder Revolt. Ah, Katsache. Ich hab Munition dafür jetzt. Aber, äh... Das ist richtig dumm. Ich verschwende richtig. Lohnt sich gar nicht. Ich klatsche jetzt da mal mein Rucks... Äh, mein Schlafsack drin. Einfach mal auf unser... Äh... Haupt... Basement. Ja, wir brauchen da echt nur eine Mauer drumherum, weil sonst geht da eigentlich jeder Depp hin und haut die einfach nur kaputt, die Schlafsäcke. Ja, äh, ich brauche Holz, ich bin auch gerade dabei. Ja, ich stelle es da mal auf mein Schlafsack hier hin, einfach nur, falls ich jetzt, äh, im Eifer des Gefechts draufgehe. Ja, wer braucht Metal Fragments oder irgendwas? Ich bräuchte nochmal 10, wenn's geht, damit ich mir wieder eine Achse machen kann. Der meint ist jetzt kaputt. Ja, na komm her. Dann... Ja, warte. Komm gleich nach Hause. Und... Schau, Safin, da, wo du jetzt gerade hinrennst, da weiter. Da sind dann die ganzen roten Tiere und... Da ist auch das, wo ich vorhin gestorben bin. Da geh ich jetzt dann auch hin nochmal. Oder warte, komm, du mal bitte zum Turm, weil ich will jetzt nochmal hier erst craften. Ey, mein Schlafsack ist nicht mehr da. Achso, hab ich noch gar nicht gemacht. Schlafsack, Sleeping Bag. Sleeping Bag. Craften. Ich bin jetzt da, wo du gerade gebaut hast. Ah, da hinten. Ach, da ist es, aber hier war ja auch schon. Genau, und da bin ich auch vorhin gestorben, da können wir nochmal hin und das rausholen. Ich schmeiß die Metal Fragments einfach mal dahin, wo die ganzen Schlafsäcke von uns jetzt sind. Jo. Oh Gott, ich werde sowas von sterben hier. Ja, ich bin auch gleich da, warte. Aber mich kann aber mit der Waffe hier nicht zielen, bescheidern. Geht das mit dem Bogen an, ey, wenn das viel zu nahe kommt, dann... So. So, und da ist mein Sleeping Bag. Die vier. Setzen. Leber und Safi sein. Genau. Und du musst dann bitte schon diese Waffe... Auf die sechs. Zieh mal oben und grenzen, Safi. Aber Leute, mach dich bitte nicht die Handgaben. Die ist so bescheuert. Okay. Die brauchst du ja keine Munition dafür. 9mm. Diese Handmade Shelter. So. Ne, die hab ich gar nicht. Eine Strohflinte von 9mm. Ja, die kannst du ja bauen. Also selbst bauen. Okay. Holoside kann ich jetzt bauen. Hast du gefunden? Echt? Ich auch. Und Laser, Dinges. Laser, also Rotpunkt. Genau, und da müssen wir rein. Und da bin ich ja vorhin gestorben. Und ich hab ein Flashlight Mod. Du bin wiedergefunden. Oh, noice. Wir sollten da mal zusammen reingehen, Safi, würde ich sagen. Ich lege jetzt mir das mit Tiere. Ja, mein ich ja. Schuss und Treffer. Versenken. Industrie, dann auch jetzt mal ne Waffe. Achtung. Ja, toll, danke. Entschuldigung. Was, bei dir? Den nimmst du und ich nur ne Hände. Bank, ja, hast du dann grad das? Hauptsache, ja, ja, reingeguckt und hast gesehen, dass da nur Müll drin ist. Ne, hab ich nicht. Dann willst du den Helm haben, da ist ein Helm drin. Achso. Leute, könnt ihr da nochmal Holz farben, damit wir unser Haus fertig haben, zumindest die Wände. Ja, nehmen wir mit. Weitere. Mein erstes Item has broken. Aber ich will jetzt noch kurz da rein, Safi, da gehen wir jetzt nochmal rein. Äh, willst du das Blueprint für den 9mm... Und aufhände dir ein Bär, 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 Bär. Achso, nicht schießen, nicht schießen. So. Und dann mal. Oh, wie dämlich. Togelade. Schade. Oh. Habst du gar nicht mit, oder was? Keine Lust. Ne, ich hab ja. So, da gehen wir jetzt noch schnell rein. Dann holen wir Holz. Leitendes Holz. Also, mir macht das Spiel echt Spaß. Ist geil. Genau. Aber da müssen noch irgendwann meine Leiche liegen. Ach, die Leichen liegen hier nicht so lange. Oder, ne, aber die Koffer müssen dann lange liegen. Du machst links, ich mach rechts. Spiel da Kisten? Ich hab schon zweimal Kisten. Ist auch nicht schlecht. Später. Ja, genau. Ich kriege die Radioaktivität ganz schnell. Hast du auch. Ist gut. Oh, kann ich sagen. Wer ist das nicht hier? Natürlich. Ich bin jetzt schon eigentlich alle schön nebeneinander. So richtig schön schwul, ja, ne? Ja, natürlich. Gar öfflich, genau. Wen schon denn schon. Davon weiß ich aber nix, ne? Oh, mein Kätz. Das wird nachzummerken. Sehr gut, mein Kätz. Was mach ich mit dem Boken? Ähm, wegs. Ich mach mal wegsmaßen. Einfach wegsmaßen, okay. Alter, wie ich sie hier lieg? Man kann ja aber auch repa- Ah, okay, ich weiß nicht, ob reparieren weniger kostet als neu machen, aber, ja. I'm radioactive, radioactive, na, 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 no. Ich auch noch nicht, aber ich brauch noch ne Blockwitz ins Haus. Ne, noch nicht, noch nicht, ich hab schon. Ah, auch nicht. Du musst erst mal Mauern hinstellen, damit wir dann kann man nicht mehr abbauen. Du musst deine Seite verlassen. Aber an der Seite waren gerade zwei, jetzt. Oder drei. Was, hier auch schon? Also wenn du es craften wolltest, geht dann mal bitte immer zu dem Ding, dann braucht man mal Holzen vor. Zwei hier außen rum. Er lag einiges für mich. Was braucht man denn in die Crafting-Box? Die Blockbench. Geht schneller dann, glaube ich. Damit es schneller geht, und dann kannst du auch, glaube ich, noch extra Sachen bauen. Okay. Die man so nicht machen kann. Genau, das muss ich. Ich bin mal mit der Metapertolle. Und das kannst du nur damit bauen. Also ich hab alles. Ne, ich hab Ofen, ich hab Lagerfeuer, ich hab Schlafsack. Workbench. Oh, 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 oh. Shotgun Blueprint, geil. Wer hat da geschlossen? Ich. So. Ich baue mir gleich einen Shotgun. Du bist jetzt noch relativ zufrieden mit meinem Bogen. Alter, ich habe gerade den Scheiß-Bären dreimal getroffen. Oder einmal mit einer Pistole. Was braucht die Shotgun? What, okay. Hat noch jemand zehn Metal-Fragments zufällig? Habe ich die doch nicht geschmissen. Ja, die hatte ich für eine Axt gebraucht. So. Und was habe ich? Ach, Laser-Sight, das habe ich doch schon. Habe ich so einen blöden Ofen bauen können? Ne, doch nicht. Ja, ich habe... Ja, warte, dann brauche ich aber Holz, damit wir die Wände bauen können. Weil ich will jetzt die Dinger nicht direkt in die Mitte stellen oder so, ansonsten kommen wir da nicht mehr durch. Und deswegen wäre eine Mauerfeuer wichtig, damit wir wissen, wo wir das hinstellen können, alles. Ja, aber ich suche schon Holz, bis auf der Suche. Ja, ich bin schon so verzweifelt, ich mache hier die Bäume. Die ja so gut wie gar nichts bringen. Ja, immer noch eine. Ja, überleg mal, wenn du eine einzig Person bist und alles alleine machst, wie viel holst du da drauf? Ja. Also die ganzen Metalle hier, die lasse ich schon stehen. Ich nehme nur noch das Holz mit. Alter, guck mal, Holzparadies, Holzparadies! Oh, ja, dann go. Hey, du rechts und links. Ja. Rechts, wow, ne? Stimmt, das ist echt viel. Stimmt, das ist echt viel. Ja, ich bin überwältigt von den Eindrücken. Ja, ich bin überwältigt von den Eindrücken. Ne, es ist ja so, dass man auch nebenher noch arbeiten geht und dass es jetzt doch schon recht spät ist und man ja dann nicht mehr ganz so gesprächig sein muss, kann. Oh, was ist da? Ne, ein Schwein. Jetzt greife ich jetzt an das Schwein. Warte, du bist da. Tschakka! Abgesehen davon, ich bin gerade darum, dass wir Holz fliegen durch zusammen und da muss man ja auch nicht so gut fasseln. Bleib stehen, du Schwein! Eure Aufgabe! Gestorben! So, da bin ich noch ein bisschen Federholz dabei. Und wir haben noch keinen Spieler getroffen bis jetzt. Also... Ist ja auch keiner drauf. Ist ja auch keiner von selber, ne? Okay, die Uhrzeit. Was ist eigentlich mit dem Huhn die ganze Zeit hier? Ich höre auf, den Win-Hun, wo du kennst da was. Schwein! Da ist gar keiner von selber drauf, okay. Du. Du und ich, Tier. Auge in Auge. Ich hoffe mal, dass die Typen, die hier diese große Festung gehörten, nicht unser Haus einfach wegbomben. Ach Quatsch. Denn die werden ja alles haben. Und wenn, dann bauen wir's neu. Ah, hier sind wieder rote Bären. Sehr gut. Es macht irgendwie am meisten Spaß, einfach die Viecher zu kennen. Am Anfang die ganzen so, oh, rote Bären, rote Bären, renn weg, renn weg. Und jetzt so, ah, guck mal, rote Bären. Au, der ist daneben, drüber geschossen. Runter geschossen? Au, das hat er genannt. Ah, da ist ein Huhn, da ist wirklich ein Huhn. Hab ich doch gesagt? Ah, und Hase. Okay, ich hab meinen Huhn umgebracht. Tommy Meisterschitzel ist on the roll. Ich brauch Hilfe. Wäre da, ist gerade Kuhfleisch drin gewesen, hätte echt gelacht. Stirfte, Bärchen. Wäre echt schön, wenn man sich keine Sorgen mehr rum Essen machen muss. Ja. Manchmal kann man die Bären nicht auseinander nehmen. Okay. Blue Friends. Large Woods Storage. Okay. Das ist diese große Kiste. Die Betreidekiste, ne? Jo. Ich kann schon bald nix mehr mitnehmen. Na, ich hab auch n ziemlich volles Meter. Oh, meine. Hacke ist bald kaputt. So, ein bisschen mehr Aufwand. No errors. Errors. Okay. Und ich werd anders agieren. Brauchst du Pfeile? Ich brauche. Ich hätte noch n paar. Schießt jetzt mal bitte, dumme Waffe. Pistolen droppt bei den Viechern nicht, oder? Ja, gut, das bist du. So. Ich brauch Holz, ich brauch Holz. Bis jetzt kann ich erst... Ich kann dir Holz geben. 250 hab ich. Oh ja, gerne. 250,174. Bis jetzt kann ich nur zwei Wände machen. Das war's. Das ist ein extra Krimi, wie viel ich brauche, ne? Ja. Oh, ein bisschen übel. Okay, gut. Lauter Tiere von mir, lauter Rote. Und ich hab natürlich keine Pfeile mehr. Keine Munition mit so einem Auto. Kannst du mir, kannst du mir, kannst du mir? Ich renne zur Beise. Kannst du mir vielleicht so einen halben Split Holz geben? Also einmal splitten? Wo war denn der Tur? Ja. Weil dann kann ich mir ein paar Pfeile machen und, äh... Wo war denn der Tur? Liegt der auf der Wirkwenschenfläche? Sag, jetzt bin ich dir auf dich verlaufen. Tja. Jetzt fängt der schon wieder an. Ich lauf gerade aus dem Turm zu. Mach ich mich auch mal auf dem Weg nach Hause. Ey, du willst wissen, wo es zu Hause noch ist? Muss mal schauen. Hier ist schon mein Gebäude. Ah. Dann dreht's keine Maus. Ah, Holz nehmen wir natürlich auf dem Weg mit. Ja, ganz richtig. Leider unterwegs ist nichts mehr gefunden. So, Freunde. Halbe Stunde, oder? Halbe Stunde, oder? Ich will noch nach Hause. Ich will noch nach Hause, komm. Okay. Schau mal von dem Bullse. Äh, wir machen nur einen Doorway, ja? Also wir brauchen nur eine Tür, oder? Ich geb schon Vollgas nach Hause. Mach mal, mach mal. Mach mal, mach mal. Ich schmeiß den in den Holz hin, ja? Hier? Ja. Oh, das ist doch schon mal schön, weil ich Hilfe von Tonic bekommen hab. Jetzt haben wir schon mal... Zehn Wände. Guck schon mal hinter dir. War doch nichts. Nice. Ja, siehst du mal, ne? Ja, du warst auch gut. Was ist da? Stopp und Sache aus, wird fertig. Leut. Leut. Was war das? Null. Oh, die Tiere muss ich hier noch einfach mitnehmen. Kann ich nicht vorbeigehen. Ich hab mir gedacht, das war irgendwie C4 oder sowas, wie das die Shepard hat hier drin. Hehehe. Ein kleiner, auf dem Weg nach Hause. Die Tiere muss ich jetzt einfach noch mitnehmen, auf dem Weg nach Hause. Warte mal. Oh, schnarch. Zehn. Schnarch. Shotgun 9. Oh, schnarch. Ich brauche auch noch etwas zum Anziehen. Echt? Warum? Äh... Wir holen jetzt mal eine Weste hier. Craft ich mir jetzt mal. Ich verstehe, ich kann nicht im Crafty-Table. So, jetzt. Hey, ich bin auch gar nicht so schlecht als Schütze. Ich muss da angehen, weil ich so schlecht bin. Kann das nicht jeder so schlecht sein wie du? Trausam. Was? Na, Pens brauchen wir uns doch gar nicht craften, die haben wir doch eh schon an, oder? Na, das sieht so aus. Damit man nicht das Geschlechtsteil sieht. Okay. Aber ich hab was gehört, in unerrigierten Zustand ist das gar nicht so wild in Videos. Ach so? Ja. Bitte was? Please what? So, ich möchte jetzt bitte... Ja? Danke. Was möchtest du? �리, geht weg! Woah, der Bär hatte gerade zwei Peil Augen. Bis zur nächsten Frage, Leute. Tschüss. Ciao. Ciao.